Wir wollen Emotionen jetzt mal beiseite lassen und sachlich werden. Ich begrüße in Graz den Rektor der Medizin-Uni, Helmut Samonik. Guten Abend, Herr Professor Samonik. Schönen guten Abend. Sie haben erst vor wenigen Wochen eine Volksabstimmung über die Impfpflicht gefordert. Jetzt kommt die Impfpflicht ohne Volksabstimmung. Finden Sie das richtig? Die Einführung der Impfpflicht ist eine Notmaßnahme. Ich habe auch einen anderen Vorschlag gemacht, dass man, bis man sich entscheidet, eine Impfpflicht einzuführen, gegebenenfalls mit Anreizen noch arbeiten könnte oder sollte, um möglichst viele Menschen zu überzeugen, dass es doch gut wäre, sich impfen zu lassen und die Impfpflicht dann nur als quasi allen letzten Schritt einzuführen. Die Politik hat sich jetzt so entschieden, wie sie sich entschieden hat. Und das ist sicher keine einfache Situation. Man sieht sie an den Bildern, die sie gerade gebracht haben. Aber ich denke, man sollte trotzdem die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir hier einen Weg finden, die die doch beträchtliche Gruppe, die aus meiner Sicht ansprechbar ist und die noch überzeugbar ist, die noch suchend ist, die aufgrund von Ängsten, Unaufgeklärtheit noch immer nicht sich impfen haben lassen, dass man die doch noch gewinnt. Und dass man die doch relativ überschaubar kleine Gruppe, die ganz radikal dagegen auftritt, dass ganz andere Motiven meiner Meinung nach, dass man diese tatsächlich, wenn man so will, ein Stück isolieren kann. Wir haben im Beitrag, aber natürlich nicht nur im Beitrag, auch in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Vorbehalte gehört. Mit denen würde ich Sie jetzt gern konfrontieren, wenn Sie erlauben, um ein bisschen dahinter zu schauen. Das sind Impfskeptiker, das sind Impfgegner, das sind aber Menschen, die einfach auch nur Angst haben vor dieser Impfung. Und ich würde Sie bitten, diese Thesen quasi zu beurteilen, möglichst kompakt damit, wie viele unterkriegen. These Nummer eins, die Impfung ist zu wenig erprobt. Also die Impfung ist in höchster Geschwindigkeit entwickelt worden, aufgrund der wissenschaftlichen Möglichkeiten, die wir hatten. Die waren noch nie so gut, wie sie jetzt bis zum letzten Jahr waren, sonst hätten wir bis heute keine Impfung. Und die Fakten zeigen, dass das in der Form nicht stimmt. Es sind, ich glaube, sieben oder acht Milliarden Impfdosen verabreicht worden auf dieser Welt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man hier Grobes übersehen hat bisher, ist meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr gering bis gar nicht vorhanden. Was wir auch immer wieder hören, ist das Argument, auf den Intensivstationen liegen auch Menschen, die geimpft sind. Das ist zwar korrekt, gesagt wird aber auch immer, sind ungefähr gleich viele. Haben Sie Zahlen, die uns da weiterhelfen? Also wie wir gerade früher jetzt gesehen haben in der Einplanung von Wien, das stimmt definitiv nicht. Es ist die aller, aller überwiegendste Zahl derer, die mit dieser Erkrankung auf Intensivstationen liegen, sind nicht geimpft. Und man sollte auch ganz klar hier sagen, die, die dort liegen und geimpft sind, sind in der Regel Menschen, die immunsupprimierende Erkrankungen haben, die also Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen haben und bei denen bekannt ist, dass die Impfung gar nicht so gut wirken kann. Natürlich gibt es, soll man jetzt überhaupt nicht unter den Tisch kehren versuchen, ganz, ganz vereinzelt auch Menschen, die gesund sind, geimpft sind und sich trotzdem infiziert haben, wo wir heute noch nicht wissen, warum es hier trotzdem zu diesem Impfdurchbruch kommt. Aber das ist ganz, ganz, ganz selten. Es gibt eine Aussage der FPÖ-Gesundheitssprecherin Belakowitsch, die in den vergangenen Tagen für viel Aufsehen gesorgt hat. Sie kennen diese Aussage, ich möchte sie aber trotzdem wiederholen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Auf den Intensivstationen liegen viele Menschen nicht wegen Corona, sondern wegen Impfschäden. Am liebsten würde ich das gar nicht kommentieren. Das ist eine absolute Unwahrheit und völlig unwürdig einer Person, die ehemals ein Medizinstudium hinter sich gebracht hat. Und aus meiner Sicht kann man hier nicht weitere Kommentare abgeben. Jetzt sagen natürlich einige, ich habe auch Fieber gehabt nach einer Impfung, mir ist nicht gut gegangen, ich habe Kopfschmerzen gehabt. Welche Nebenwirkungen sind denn jetzt wirklich erwiesen und bekannt? Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Impfreaktionen und Nebenwirkungen. All das, was Sie jetzt geschildert haben, sind Impfreaktionen. Und Impfreaktionen sind da und zeigen, dass die Impfung wirkt. Das heißt nicht, dass bei jemandem, der gar keine Impfreaktionen hat, die Impfung nicht wirkt. Aber umgekehrt, bei Menschen, bei denen solche Reaktionen nach der Impfung auftreten, ist das ein deutliches Zeichen, dass diese Impfung wirkt. Allfällige Impfnebenwirkungen, die einige Tage später auftreten oder auch schneller auftreten, die gibt es. Da soll man jetzt auch nicht einfach unter den Teppich kehren versuchen. Die gibt es extrem selten. Wir wissen auch, dass in Einzelfällen Erkrankungen aufgetreten sind, die auch ganz, ganz selten zum Tod führen. Ja, es ist so. Wir wissen heute besser denn je, was für Nebenwirkungen das sein können. Und können auch frühzeitig Maßnahmen setzen, damit es nicht mehr zu so Extremsituationen kommt. Aber da soll man definitiv auch zugeben, dass es das gibt. Aber im Vergleich zu dem, was die Impfung imstande ist, im Sinne der Wirkung zu entfalten, sind das ganz, ganz prozentuell und real wenige, wenige Vorfälle. Wir haben es mit einer Krankheit zu tun, die kaum bekannt ist. Daher ist natürlich auch nie klar, wie sich das Virus verändert, wie das Virus auf Impfungen reagiert. Da haben wir nun schon mehrere Änderungen bei der Impfstrategie gehört. Zunächst hat es geheißen, zwei Stiche werden reichen. Dann hat es geheißen, nach dem zweiten Stich ist man sechs bis neun Monate immun. Und auch das wurde revidiert. Ist es nicht verständlich, dass diese Korrekturen zu hoher Verunsicherung auch geführt haben? Die Antwort ist ja. Ich glaube auch, dass das zu Verunsicherung führt. Aber man möge all diesen Menschen sagen, es ist das, wie Sie gesagt haben, ein völlig neues Virus. Und wir haben diesen Impfstoff relativ neu. Wir hecheln ein Stück lang natürlich auch der Entwicklung nach. Wir haben am Anfang gehofft, das ist das Wundermittel. Und hier werden wir, ähnlich wie bei den Bocken, einmal impfen oder zweimal impfen oder dreimal impfen. Und dann ist die Pandemie im Griff. Das hat sich herausgestellt, und das kann man bitte niemandem vorwerfen, dass das nicht so ist. Und die Wissenschaft ist in der Lage, darauf zu reagieren. Das wissen wir. Wir wissen jetzt, dass wir mit der Auffrischungsimpfung einen deutlich höheren Schutz erzeugen können, als wir es zum Beispiel nur durch zwei Impfungen machen können. Wir wissen, es gibt, sagen wir vorsichtig, es gibt Hinweise, dass auch diese neue Variante, die jetzt hier aufgetaucht ist, möglicherweise durch diese auf dritte Impfung doch einigermaßen in Griff behalten werden kann. Aber wir sollen das hier an dieser Stelle trotzdem nicht versprechen. Aber selbst wenn es nicht so sein wird, wird es die Möglichkeit geben, den Impfstoff anzupassen und dann neuerlich erfolgreich gegen diese Pandemie ankämpfen. Bitte, man möge nicht vergessen, die WHO hat das jetzt Zahlen veröffentlicht, dass 500.000 Menschenleben gerettet wurden mit der Impfrate, die wir bisher in Europa hatten. 500.000. Das heißt, wenn wir eine höhere Impfrate hätten, hätten wir erstens eine geringere Wahrscheinlichkeit, dass Mutationen in Zukunft auftreten. Ich weiß schon, die jetzige kommt nicht aus Europa, sondern kommt aus Südafrika. Aber wir wissen, dass das Auftreten von Mutationen eine Frage der Dauer der Pandemie ist. Wir können mit dieser Impfung, wie wir sie jetzt haben, sehr, sehr viele Menschen retten. Nicht alle. Und bei einigen wenigen kann es tatsächlich zu gravierenden Nebenwirkungen kommen. Üblicherweise überschätzen die Menschen oder tendieren dazu die Menschen, die Nebenwirkungen überzubewerten und prozentuell besonders hoch einzuschätzen. Aber die auftretenden Nebenwirkungen der Erkrankungen oder die Begleiterscheinungen der Covid-Erkrankung selbst zu unterschätzen. Und wir wissen, dass bei Covid-Erkrankungen circa 10 Prozent der Erkrankten auch Long-Covid-Syndrome haben. Eine teilweise ganz gravierende Einschränkung der Lebensqualität über Monate, über Jahre. Und solche Dinge werden in der Regel nicht so stark im Fokus gesehen, als die allfällige Nebenwirkungen, die es bei der Impfung gibt. Herr Professor Samonik, vielen Dank für Ihre Erklärungen. Guten Abend nach Graz. Guten Abend.